Hier einige Tipps zum Gebrauch Ihres Inhalators IH55 von Beura. Schieben Sie den Medikamentenbehälter mit Mesh-Vernebler von vorn waagerecht in die dafür vorgesehene Führung des Gehäuses bzw. der Gerätebasis, sodass dieser hörbar einrastet. Legen Sie die mitgelieferten Batterien in das Gerät ein. Alternativ kann der Inhalator auch mit Netzteil betrieben werden. Entriegeln Sie nun den Verschlussbügel des Medikamentenbehälters und öffnen Sie den Behälter. Füllen Sie dann die isotonische Kochsalzlösung bzw. Ihr Medikament ein. Die maximale Füllmenge beträgt 10 ml. Schließen Sie den Deckel des Medikamentenbehälters und arretieren Sie den Bügel. Verbinden Sie nun das gewünschte Zubehör fest mit dem Mesh-Vernebler. Haben Sie sich für das Mundstück entschieden, umschließen Sie es fest mit den Lippen. Fiel Ihre Wahl auf die Maske, so bringen Sie diese am Mesh-Vernebler an. Halten Sie dann die Maske über Nase und Mund. Schalten Sie nun das Gerät mit der Ein-Aus-Taste ein. Atmen Sie langsam und tief ein. Atem kurz anhalten, dann rasch ausatmen. Sobald das Inhalat komplett vernebelt ist, schaltet sich das Gerät selbst ab. Eine manuelle Abschaltung ist jederzeit durch die Ein-Aus-Taste möglich. Vor der ersten Nutzung sowie nach der Benutzung sollte der Vernebler sowie das Zubehör gereinigt und gegebenenfalls desinfiziert werden. Um Medikamentenreste vollständig zu entfernen bzw. eventuell vorhandene Blockierungen zu beseitigen, können Sie die Selbstreinigungsfunktion des Geräts nutzen. Füllen Sie hierfür 0,5 bis 1 ml Leitungswasser oder destilliertes Wasser mit Essig in die Öffnung des Mesh-Verneblers. Halten Sie die Ein-Aus-Taste so lange gedrückt, bis die Kontroll-LED kurzviolett aufleuchtet. Die Reinigungsflüssigkeit wird nun aus der Öffnung des Mesh-Verneblers in den Medikamentenbehälter eingezogen. Sobald sich keine Reinigungsflüssigkeit mehr in der Öffnung des Mesh-Verneblers befindet, schalten Sie den Inhalator durch Drücken der Ein-Aus-Taste wieder aus. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Inhalator IH55 von Beurer. Bleiben Sie gesund!